Die Erzieherinnen und Erzieher der Kita St. Johannes in Durlach-Aue, die waren einfach die ganze Zeit für die Kinder da und präsent und haben da zahlreiche Aktionen gestartet, eine Kita-Show, die jeden Tag per Mail gekommen ist, Basteltipps, auch mal irgendwelche Experimente, um zu Hause die nachzumachen und so der Alltag einfach zumindest ein kleines bisschen normal war. Ja, wir sind von der Neuen Welle heute hier, weil ihr seid unsere Corona-Helden. Ihr seid vorgeschlagen worden von den Eltern, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ihr habt das so toll gemacht. Ihr seid da persönlich teilweise vor Ort gewesen, ihr habt angerufen, wolltet wissen, wie es euren Kindern geht und das ist ja nicht überall so gewesen und deswegen sind wir heute hier. Wem darf ich denn sozusagen alles überreichen? Wer nimmt sozusagen die Grüße auch der Sparkasse Karlsruhe in Empfang? Die Frau Bielen, Frau Bielen, dann kommen Sie doch mal zu mir. Gut, dann darf ich Ihnen einen sozusagen Corona-Helden-Bonus der Sparkasse Karlsruhe überreichen. Ja, die haben von dieser Geschichte gehört und das mal bitte aufmachen. Am besten so, dass Sie alles sehen können und natürlich auch die Kameras. Ja, die haben von der Sparkasse Karlsruhe. Und das ist aber noch nicht alles. Bevor die großen Dankesreden hier losgehen und Champagner getrunken wird, hat auch das Durlach-Center Karlsruhe von eurer bewegenden Geschichte und eurem Einsatz gehört. Und auch die haben gesagt, hey, hier nochmal 100 Euro zum Einkaufen im Real. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh Mann. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ichempelze mich aber immer sagen.